Ja, hallo, herzlich willkommen hier zum Glory Life TV YouTube-Interview heute mit Maria Prehan. Wir freuen uns und ich freue mich ganz besonders, eine so langjährige Freundin hier bei uns zu haben, die ein so gewaltiges Werk auch aufgebaut hat, speziell jetzt in Afrika, wo tausende von Menschen, tausende von Waisenkindern insbesondere, wirklich eine Zukunft bekommen durch das, was du da machst, Maria. Und das ist wirklich, wir hier bewundern das alle, was dort passiert, mitten in diesem Land. Wir waren ja selber schon ein paar Mal auch in Uganda und haben selber da auch einen Dienst und haben auch dein Werk da gesehen und wir bewundern das einfach, wie wirklich mitten in dieser Umgebung von Armut und von Finsternis teilweise auch wirklich so eine blühende Landschaft entstanden ist mit diesem Werk, das du da aufgebaut hast. Und du warst ja konfrontiert mit ganz, ganz vielen Nöten und ganz, ganz viel Finsternis auch, als du nach Uganda gekommen bist. Und jetzt stellen wir fest, überall auf der Welt, wenn wir uns die jetzige Zeit anschauen, wird es scheinbar finsterer. Es wird, die Nöte werden größer, Kriege immer näher vor der Haustür, Kriegsgerüchte. Die Menschen werden geplagt von Inflation, Krankheiten, Nöte und so weiter. Viele, die zuschauen, haben sicher Berge vor Augen, haben Nöte, wo sie nicht wissen, wie es weitergeht, wo sie nicht wissen, was morgen ist. Und deswegen einfach als erstes die Frage an dich, Maria, was würdest du solchen Menschen sagen? Du hast so viel Nöte gesehen und du hast auch so viel überwunden gesehen. Was würdest du den Menschen sagen, die vor solchen Herausforderungen stehen? Da muss ich, ich weiß, die Frauen fangen immer weiter vorne an. Aber wie Gott mich nach Afrika gerufen hat und ich mit der unwahrscheinlichen Not konfrontiert wurde, wollte ich wieder zurückfliegen. Da habe ich gesagt, lieber Gott, wo fängt man da an, wo hört man da auf, lass mich wieder zurückfliegen. Dann hat er gesagt, Maria, du bist nicht der Erlöser von Uganda. War ich wieder so groß mit Hut? Ich sage, okay, Herr, das weiß ich, aber was tue ich dann? Dann hat er gesagt, nur jeden Tag, was ich im Himmel vorbereitet habe. Frag mich jeden Tag, was ich vorbereitet habe und hol das auf die Erde. Und weißt du, der Herr hat uns ja gelehrt vor Hunderten von Jahren, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel und so auf Erden. Und da kümmert sich ja kaum jemand drum. Wer fragt schon in der Früh, lieber Gott, was hast du heute im Himmel vorbereitet, damit ich es auf die Erde holen kann? Und ich war so an der Grenze, mit dieser immensen Not, das war der einzige Ausweg. Und jeden Tag, auch jetzt, stehe ich noch auf, oder bevor ich aufstehe, sage ich, lieber Gott, was hast du dir wieder im Himmel einfallen lassen, was ich heute auf die Erde holen soll. Und da gehe ich wie ein Bulldozer, ganz gleich, was er mir sagt, ich tue es. Weil er will, er will, weißt du, für Gott ist Geld noch nie ein Problem gewesen, Gehorsam. Wenn ich mir denke, was ihr da gebaut habt, ja. Aber ich glaube, ihr müsst genauso zugehen wie ich, das habt nicht ihr gebaut, das hat Gott gebaut. Amen. Und auch so in Uganda, ich stehe staunend daneben, was da entstanden ist. Nur durch den täglichen Gehorsam, das zu tun, was ich genau spüre, was am Himmel tut. Und da hat man da herunten, hat man Frieden und Freude, ja. Aber du stehst, ich stehe genauso staunend daneben. Wenn die Leute kommen und sagen, na, was du geschaffen hast, sage ich, dann würdest du staunen, was hier stehen würde, wenn ich es geschaffen hätte. Ich habe keinen einzigen Zirgeladen gehabt, ja. Na ja, aber ich sage, das ist alles Gnade. Aber das verdienst du, sage ich, na, na, verdienen du eigentlich nur den Tod. Aber Gott schenkt Gnade und Gunst denen, die ihm hundertprozentig vertrauen. Jesus ist nie gekommen, um Konfessionen zu gründen. Jesus ist gekommen, um uns in eine heiße Liebesbeziehung mit dem Vater zu bringen, wo wir wissen, wir leben hier auf Erden in dieser heißen Verbindung mit Gott. Wir sind hier seine Stellvertreter. Wir sind hier seine Tabernakel, der Tempel des Heiligen Geistes. Er sucht Menschen, mit denen er arbeiten kann und die ihm bedingungslos zur Verfügung stehen. Und das war für mich das größte Geheimnis. Jahrelang wollte ich Gott beeindrucken, was ich für ein guter Mensch bin und mich angestrengt habe überrückt. Eines Tages ist es mir sonst blöd, weil er hat gesagt, lieber Gott, das ist alles so wahnsinnig anstrengend. Dann hat er gesagt, ja, du bist sehr anstrengend. Das war der letzte Todesstoß in meine selbst gebastelte Erlösung. Jesus kam auf die Erde, um alles zu bezahlen für uns. Der Himmel ist ein Geschenk. Der Himmel ist frei. Der Himmel ist gratis. Und wir, so viele, weil sie eben noch nicht aus diesem neuen Geist geboren sind, sondern eine Identität haben, was sie tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun. Kommen sie nicht in diesen Gnadenstrom. Und da haut uns jetzt der Herr auf die Finger, überall, wo wir unsere Identität und selbst schaffen wollen. Das heißt, du würdest eigentlich sagen, es geht darum, dass wir von uns selber loslassen und wirklich Gott übernehmen lassen. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium steht, 1633, suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Also ich sage dann oft Spaß und alles andere müsst ihr euch dann schwer dazu verdienen. Aber es stimmt nicht, zufallen. Ich werde vor Zufällen oft auch schlagen, weil so viel mir zufällt. Aber ich kann nicht anders. Gott weiß, ich werde total verloren, wenn er es nicht so macht. Und ich bin hier, um sein Reich auf die Erde zu bringen. Und dann muss er hundertprozentig hinter mir stehen. Und das tut er. Und ich stehe mit ihm. Aber der Schlüssel war, dass du von dir selber losgelassen hast. Total. Und dass du begonnen hast, wirklich Gott durch Jesus zu vertrauen und zu sagen, Herr, du hast es gemacht, ich muss es nicht mehr machen, jetzt übernimm du. Aber weißt du, du hast auch gefragt, was man Menschen sagen soll, die viele Sorgen haben. Also für mich ist einfach das Wort Gottes die Bezugsquelle. Und Gott kann nicht lügen. Und wir müssen, wir sollen das tun, was er sagt. Und im Philippebrief 4, Vers 4 steht, freut euch im Herrn, im Herrn, nicht in den Umständen, im Herrn, alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flair mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und ich habe eine ganz große, ich habe ein Gebälzer da zu Hause und da brennt dauernd eine Kerze. Nicht, weil ich in Kerzen glaube, aber weil ich dauernd sage, das Licht durchbricht jetzt alle Dunkelheit hier. Und da werfe ich alles in meinen Sorgenkorb. Und der Sorgenkorb, der heißt E-D-J-E-Box. Etwas, das Jesus erledigt, Box. Ich werfe alle meine Sorgen auf Gott. Und weißt du, da ist nämlich noch etwas sehr Interessantes, was ich auch sehr spät erst erkannt habe. Da heißt es im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wenn ich mich sorge, dann heißt es, ich vertraue Gott nicht. Ja, und ich bin nicht wirklich demütig eigentlich. Ja, ich glaube, da bin ich hochmütig. Ich glaube, ich kann es besser lösen wie Gott. Ja, genau. Aber wenn wir es auf Gott werfen, die Sorgen, und die werfe ich alle auf Gott, dann erkenne ich seine Größe und seine Liebe und seine Güte und komme aus dem Staunen des Hauses. So stark. Ja. So wunderbar. Halleluja. Es ist eigentlich so einfach. Es ist so einfach, dass es eben die meisten versäumen. Sie glauben, sie müssen die Lösung finden. Nein, Gott ist der Erlöser. Und er löst alles. Und weißt du, ich muss ja jeden Tag 10.000 Leute dreimal füttern. Das sind Verantwortung, die hätte man nie zugewandet. Ja, ja. Aber Gott wirkt in so einem Ausmaße, dass ich ihm selber nur immer Danke sagen kann, den ganzen Tag. Und nur sagen, lieber Gott, du bist eine Wucht. Du bist eine Wucht. Weißt du, alles, was er anschafft, das zahlt er. Und alles, was er anschafft, vollendet er. Und auf diesen Verheißungen können wir mal stellen. Das sehe ich ja bei dir genauso. Aber das heißt ja eigentlich, das, was du jetzt gesagt hast, das heißt ja eigentlich, dass gerade in so einer Zeit wie der Zeit, in der wir jetzt leben, wo die Menschen mit so vielen Nöten konfrontiert sind, so viele Dinge auf sie einprasseln und die einen wissen nicht mehr, können wir noch unsere Heizung bezahlen, die anderen wissen nicht mehr, kommt bald Krieg ins Land oder wie auch immer. Aber eigentlich gerade in dieser Zeit braucht es ja diese Botschaft so dringend wie nie zuvor. Ja, genau, genau. Das heißt, wir sind ja gefragt. Genau. Weißt du, das sind nicht mehr liebe Worte, sondern das sind Worte, die die Substanz unseres Lebens werden. Wir sollen ja das Wort Gottes verstoffwechseln. Wir sollen ja jünger Jesu werden. Und als Jünger wirst du immer mehr wie der Meister. Und der Meister ist Jesus Christus. Ich sehe nirgends im Leben von Jesus, dass er sich Sorgen gemacht hat. Er war immer mit Gott in der Verbindung. Und Gott nötig zu haben, jede Sekunde deines Lebens, ist die größte Reife eines Christen. Und das begreifen viele nicht. Sie glauben, sie müssen Gott beeindrucken. Nein, er will in dieser kindlichen, totalen Herzensbeziehung mit uns das Leben geben. Oder manche Menschen, die glauben, dass sie ganz ohne Gott klarkommen, dass sie einfach ohne Gott leben können. Aber ich glaube, tatsächlich, ich weiß nicht, wie du das erlebst, du reist ja auch viel rum. Aber was wir eigentlich erleben, ist, dass die Menschen wirklich, auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa, dass sie immer offener wirklich werden, auch wirklich sich auf diesen Gott einzulassen, der in Jesus ja den Preis bezahlt hat, sodass wir es nicht mehr machen müssen. Weil sie an ihre Grenzen kommen. Genau. Und das ist so wichtig. Und weißt du, ich lebe ja sehr gerne in Afrika. Der Afrikaner ist ein demütiger Mensch. Er weiß, Gott ist größer als er. Und er weiß, er braucht Gott. Und da ist so eine Wohltat, dort zu leben. Und die haben mir auch gesagt, wie das Ganze angefangen hat, Mama, mach dir keine Sorgen. Denn wir sind schon mit Schlimmerem fertig geworden. Und wie ich nach Uganda gekommen bin, war eines der ersten Sachen, die ich erfahren habe, mein Gott, wir wissen nicht, wie lange der Staat noch existiert. Die Leute sterben wie die Fliegen von Aids. Von Aids, ja. Und jetzt bin ich schon über 20 Jahre dort, über 25 Jahre. Und jetzt nehmen wir schon die letzten zehn Jahre jedes Jahr um eine Million zu. Das ist das Wirken Gottes, ja. Nein, es ist wirklich. Was erlebst du gerade speziell, Maria, auch jetzt in der Zeit, was Gott tut? Was würdest du sagen, was siehst du Gott tun? Gehen wir mal, weil die meisten, die zuschauen, werden jetzt wahrscheinlich nicht Afrikaner sein, sondern Europäer. Was nimmst du wahr, dass Gott in Europa tut jetzt in dieser Zeit? Ja, also ich spüre, dass Gott an den Herzen sehr arbeitet. Und dass viele, die bisher nur so in einem religiösen Verhältnis waren, plötzlich spüren, das geht nicht mehr. Sie brauchen eine Exklusivbeziehung, eine radikale Liebesbeziehung mit Gott. Und das ist natürlich für mich die größte Freude. Weil es geht nicht um ein bisschen Religion. Es geht um eine Herzensbeziehung, wo du weißt, ohne Gott bin ich verloren. Ohne Gott kann ich gar nichts tun. Und das zeigt er uns jetzt immer mehr, weißt du? Ja. Und alle Sicherheiten, auf die wir unser Leben gebaut haben, die zerbrechen jetzt. Ja. Und da ruft uns Gott in diese Intimbeziehung mit ihm, wo wir wissen, in ihm ist das Leben. Und in ihm ist alles. Und für ihn ist gar nichts zu groß, zu stark, zu schlimm. Aber wir müssen in ihm bleiben. Also könnten wir es vielleicht auch sogar so sagen, dass, obwohl ja Gott jetzt nicht der Urheber von Corona zum Beispiel oder anderen schlimmen Dingen oder auch von Kriegen ist, aber könnte man es doch so sagen, dass Gott gerade auch diese Dinge benutzt. Ja, genau. Und gebraucht letztendlich dann, auch wenn sie nicht von ihm kommen, aber er gebraucht sie, um uns wirklich tiefer in diese Liebesbeziehung zu ihm reinzuführen oder um uns überhaupt erst erkennen zu lassen, dass wir ihn brauchen. Ja. Kann man so sagen? Ich habe mal gehört, dass der Teufel eigentlich die Dreckarbeit Gottes macht. Und weißt du, Gott liebt uns so sehr, sonst hätte er nie seinen eigenen Sohn geschickt, um alles zu bezahlen für uns. Und er liebt uns so sehr, dass, wenn wir auf dem falschen Weg sind, das uns auch züchtigt. Ja, ja. Weißt du, hier in der westlichen Welt ist der Hummer nicht so groß geworden, dass Züchtigung nicht mehr dran ist, aber Züchtigung ist ein Liebesack. Und Gott züchtigt uns jetzt, um uns zu zeigen, wir brauchen ihn. Ja. Wir brauchen ihn. Und wir brauchen Gott. Ich verstehe alle Menschen, die jetzt Selbstmord begehen, die Gott nicht kennen. Weil ohne Gott ist das eine aussichtslose, hoffnungslose Sache. Ja. Aber es steht sogar in der Bibel, in der Offenbarung, wenn wir das alles sehen, was wir jetzt sehen, sollen wir uns freuen. Ja. Weil Jesus bald kommt. Genau. Jesus sagt ja, wir sollen unsere Häupte erheben. Genau. Weil wir wissen, unsere Erlösung ist nah. Genau. Und Gott ist am Wirken. Und wir sehen es ja auch. Ich meine, wir waren jetzt, Irina und ich, wir waren jetzt am Sonntag wieder in der Nähe von Frankfurt Predigt und wir sehen aber, wie Gott so viele Wunder tut und sein Geist ausgießt in dieser Zeit wie nie zuvor. Und das ist wunderbar zu sehen. Also wir sehen, jetzt meine Köchin wurde von Aids geheilt. Und wir sehen Wunder am laufenden Band, ob das finanzielle Wunder sind, Schutzwunder. Der Korps, der jetzt unterwegs ist, der hat jetzt bei 200 Kilometer Fahrt, hat die immer Rauch im Auto gehabt und haben geschaut, wo das ist. Und sie haben es nicht gefunden. Als sie ausgestiegen sind, war das Auto vom Explodieren. Wow. Aber es ist nichts passiert. Sie haben es noch in der letzten Sekunde gefunden. Das sind für mich die Bewahrungen, die Gott uns schenkt. Ja, also ich kann nur sagen, wir dienen einem wunderbaren, liebevollen Gott, der für alles die Lösung ist. Wir müssen nur immer näher zu ihm kommen und unser ganzes Leben in seine Hände legen. Es lohnt sich, ihn kennenzulernen. Was würdest du, Maria, was würdest du zu einem Menschen sagen, der jetzt vielleicht zuschaut und der sagt, ja, ich kenne ja diesen Gott noch gar nicht. Wer weiß, ob der wirklich so gut ist, wie Maria Präan sagt oder was würdest du ihm sagen oder was würdest du dir sagen? Was könnte ein Anfang sein, um diesen wunderbaren Gott kennenzulernen? Ja, also der Anfang. Gott hat ja seinen Sohn auf die Erde gesandt, damit wir in ihm die Liebe Gottes erfahren. Und wenn man mal das Leben von Jesus in der Bibel her liest, das war ja nur, das war nur ein Geben, das war nur ein Heilen, das war nur ein Befreien. Das war, man hat gespürt, der bringt eine Dimension auf die Welt, die eigentlich permanent sein sollte für uns alle. Und wir haben ja jahrhundertelang gebetet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ich glaube, wir sind jetzt ganz nahe an diesem Punkt, dass Gott uns wirklich ernst nimmt, dass wir sein Reich auf die Erde holen und dass Transformation in allen Lebensbereichen geschieht. Und zwar Reichgottesprinzipien. Im Reichgottes sind die Letzten die Erschen. Der Herr arbeitet in den Schwachen. Das soll man geben, um zu empfangen. Also es sind alles andere Prinzipien. Das Reichgottes müssen wir gewaltsam an uns reißen. Weißt du, da mache ich oft einen Test und sage, also es ist jetzt nur ein Test, ich verschenke 20 Euro oder 50 Euro. Und dann sitzen alle drinnen und schauen, bis einer aufsteht und der steht dann davor und macht so, ja. Und ich sage, ich verschenke 20 Euro oder 50 Euro. Auf einmal kommt jemand und reißt es aus der Hand und sagt Danke. Und die anderen sitzen alle und schauen, komisch. Ich sage, wir müssen das Reichgottes gemeintsam an uns reißen. Und Danke sagen den ganzen Tag. Der Himmel ist ein Geschenk. Jesus hat gesagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Keiner kommt in den Himmel durch eine Religion oder durch eine Eigenanstrengung. Sondern jeder kommt in den Himmel, der glaubt, dass Jesus Christus für ihn am Kreuz alles bezahlt hat. Und wenn du den Jesus aufnimmst in deinem Leben und sagst, Herr Jesus, ich lade dich ein. Komm in mein Herz. Und du ströme mich von der Krone meines Hauptes zu den Sohlen meiner Füße mit deinem Auferstehungsleben. Ich brauche dich. Aber weißt du, viele Menschen wissen noch nicht, dass sie ihn brauchen. Und darum kommt ein bisschen Druck auf uns zu. Und ich liebe Gott, der diesen Druck zulässt, damit keiner verloren geht. Aber der Druck soll nicht sein, um dich in die Verzweiflung zu treiben, sondern dich in die Lösung zu bringen. Die Lösung ist Jesus Christus. Übergib Jesus Christus dein Leben und du wirst sehen, da kommt eine Transformation, die du dir in den wildesten Träumen hessisch vorstellen können hast. Bete einfach, sag, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich öffne dir mein gesamtes Leben. Und ich sage, komm in meinen Geist. In meine Seele. In meinen Körper. Und verwandle mich in deinen Charakter. In deinen Charakter. Wo immer da noch Wege der Pein sind in mir. Wo immer da noch Wege der Pein sind in mir. Setze mich frei. Setze mich frei. Und führe mich in die Wahrheit, die mich frei macht. Und führe mich in die Wahrheit, die mich frei macht. Führe mich in das Leben, das erfüllt. Führe mich in das Leben, das erfüllt. Und in die Liebe, die heilt. Und wenn du das wirklich von ganzem Herzen sagst. und dann dem Herrn die Führung deines Lebens übergibst, dann wirst du erkennen, wie er täglich, täglich zu dir spricht. Und wenn du dann tust, was er dir sagt, dann kannst du den Segen nicht mehr von dir abhalten. Lies doch im 5. Mose, Kapitel 28 über Fluch und Segen. Und dann wirst du sehen, wir können es uns nicht erlauben, nicht auf Gott zu hören und zu tun, was er sagt. Denn er möchte dich segnen, 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 dich zum Haupt machen, nicht zum Schwanz. Er möchte dich segnen, wie du dir es in deinen wildesten Träumen nicht vorstellen kannst. Und er möchte in dir, mit dir, durch dir, auf dieser Welt leben und sein Reich bauen. Ich vertraue, dass viele diesen mutigen Schritt machen. Und Johannes, fang an das Evangelium zu lesen. Der Johannes war dem Herzen Gottes am Nächsten. Und du wirst sehen, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir sind alle als Geschöpfe Gottes geboren, aber ein Kind Gottes wird man erst, wenn man Jesus Christus aufnimmt in seinem Leben. Und ihm das Leben zu verfügen, dass man mit ihm lebt einfach, in einer innigen Exklusivbeziehung. Ich kann dir nur sagen, mein Leben ist ein lebender Beweis dafür, dass es nichts Besseres gibt, außer, ich sage jeden Tag, Herr Jesus, ich bin dein und du bist mein und das soll immer so sein. Amen. Und wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, das Maria gerade vorgebetet hat, dann glaube ich, gemäß dem Wort Gottes, was gerade Maria auch zitiert hat, in Johannes 1,12, dann bist du ein Kind Gottes und dann gehörst du zu ihm und dann ist jetzt einfach die Zeit, dass du ihn mehr und mehr kennenlernst, dass du in seinem Wort liest, in der Bibel, dass du betest. Beten heißt, ist nichts Religiöses, sondern beten heißt einfach reden mit Gott. Reden heißt einfach diese Beziehung ausleben. Und hören. Und hören, genau. Und dann hören. Ja, weil natürlich, Unterhaltung bedeutet, ich rede und der andere redet auch. So, also das ist unsere Beziehung zu Gott. Und wenn du gerade, vielleicht bist du schon Christ und schon seit einigen Jahren mit Jesus unterwegs, aber bist gerade einfach auch vor großen Herausforderungen, vielleicht Sorgen, die dich umtreiben oder was auch immer. Maria hat es gerade eben gesagt, vertraue ihm, vertraue ihm, lass los von dir selber, lass los von deinen eigenen Möglichkeiten, deinen eigenen Unmöglichkeiten und vertraue wirklich 100% ihm deine Sachen an. Und er wird für dich sorgen. Amen. In diesem Sinn, sei gesegnet. Amen. Vielen Dank, Maria, Brean, dass du bei uns warst. Und vielen Dank euch fürs Zuschauen. Seid gesegnet und lass was von euch hören. Ich möchte was hinzufügen. Ja. Jeder, der hier zuschaut, du bist der Traum in Gottes Herzen. Amen. Du bist das Potenzial in seiner Hand. Du bist berufen, der Stellvertreter Christi auf dieser Welt zu sein und ein Botschafter des Königs aller Könige. Ja. Die Berufung, die Gott für dich hat, überschreibt jede Berufung, die die Welt dir bieten kann. Shalom, Shalom. So ist es. Amen. Bis bald. Ciao. 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 Vielen Dank.